so korallenrücken das ist der maurus guck mal hier fährt ein auto das fährt auch an dir gleich vorbei du musst wirklich auf deine umgebung achten wir haben wirklich mit spieler ein auto ich will auch so ein mini auto haben und rumpesen 30 minuten für einen scheiß mob was sind so schwach warum hier der ist tot vor allem warum stehst du dort unten weil ich hier was klatschen musste ach so wo war jetzt die alte hier drinnen unsere sache ist gerecht algenforschung ich überreiche die algenpro ja und jetzt darf ich wieder darunter zuteil rocks weil dort die nächste quest ist nicht abgeben muss so bringt diese komisch auch lass mich in ruhe du ehrlich jetzt ich muss entweder warten dass ich hier ist dass wir jetzt endlich wieder gespawnt ist oder ich muss so eine rotron killen sehe ich gerade die haben so ein zeichen drüber keine ahnung ja korallenrücken rotron schade und das nächste viel das ist das falsche ziel ich muss bestimmt später noch ein gravierter mana stein parieren plus 46 cool ich muss bestimmt später noch ein melvin weg klatschen bestimmt ach so und melvin ja du musst die folge gucken wir geben jedem tier hier ein mal 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 Da ist immer noch Siren, ja. Lautstärke, Hintergrundmusik. Ah, jetzt. Gott, was ist das denn für Musik? Ich hauere, oh nie. Urlauun. Die Wand vor dem Wort Urlauun, mein Geist, nur ist ein Film. Also Melvin, ich liebe deine Mutter. Immer für diese Geräusche. Das war der Vater. Ach, auch noch? Ja. Das war deine Mutter, oder? Ja. Was? Ja. Ey, trotz dass ich im Kampf geschehen bin, höre ich das raus. Ich liebe einfach deine Mutter für die Sachen, die da manchmal im Hintergrund kommen. Ja, das kann doch nicht. Tschüss. Stumm. Das ist kein gültiges Ziel. So, Quest endlich abgeschlossen. Jetzt nur noch abgeben. Äh, da lang muss ich. Da oben ist ein Titox. Ja, weil jetzt die letzten Male, wo ich aufgenommen hab und du nicht dabei warst, Tyrox, da hab ich mir halt die ganzen Quests angeeignet, die Nebenquests. Habe auch einige erledigt. Andere noch nicht, weil mir das zu lange gedauert hat. Und dadurch bin ich jetzt schon Level 60. Du musstest ja unbedingt in Urlaub fahren. Um Feuersteine zu sammeln. Ja. Reine Kampfansage hier noch. Friede sei mit euch und so. Also, es gibt Funken. Ja. Oh, guck mal welches Level der Alkitz hat. Oh. Stimmt. Möge Seal euch leiten. Hä? Nein, 60. So, das ist erledigt. Die nächste Quest ist dann... Ach du Scheiße, leck mich am Hintern. Nee. Wo muss ich denn jetzt hier hin, bitteschön? Oh? Hallo? Renne ich gerade in die falsche Richtung? Oder wie? Ja. Da lang. Nee, warte mal. Doch, da oben ist noch eine Quest. Och Gottchen. Erledige den Glanz, Marco. Okay. Werd ich machen. Melzzin. Nein. Melzzin. Nein. Melvin. Nag wird es. Hm? Boah, du Arsch, ey. Das zahle ich dir irgendwann heim. In Steampunk wirst du von mir dauerhaft penetriert. Da brauche ich meine Kirche. Was, willst du schon wieder Fahrer werden? Ich war noch nie in einem RP Fahrer. Dann würdest du mal Zeit. Ja, deswegen. Aber nur vielleicht. Ach, eigentlich solltest du doch Stadt Herr werden. Das kann Tarou schön machen. Nein. Doch, hat ja letztes Mal so gut funktioniert, ne? Ne? Dann ist er aber ein betrunkener... ...Städter. Warte mal, dann machst du aber eh noch Baloui, das ist dir klar. Boah, Baloui. Weil der auch immer besoffen war, wenn der, äh, Stadt Herr war. Oh, scheißegal, ich hoffe, dass sie sich leichter spielen. Das glaube ich allerdings. Wolltest du nicht eigentlich den, äh, äh, Dorftrottel mit der, äh, nicht Munta Monika, doch Munta Monika, ne. Mit der Ukulele spielen? Ein Ukulele ist Brot. Was? Warum? Warum? Ich hab's... Äh... Was? Ich hab's... ...verhackt. Warum hast du... Warum? Hä? Hä? Ich... Ich hab keine... ...verhackt. ...verhackt. Du nuschelst's einfach nur. Du nuschelst's einfach nur. Eine Meeresruine. Voller hinzulaufen, Alter. Ah, du bist ja ein Arsch. Ah! Hörgland Stinkblume. Muss ich die jetzt vernichten? Der Zetter rocks. Was? Ah, der... Haha, der Zetter... Woher weiß man das? Ah, das tut mir wirklich weh. Warum? Ey. Ja? Mein Plakat... Es liegt immer noch hier rum... ...und vergammelt. Tja. Hallö, die Mobs sind hier alle rot. Die sind jetzt über meinem Level. Das ist nicht schön. Nein, wir sind alle rangen. Flügel habt ihr. Die muss ich bestimmt auch noch killen. Da fehlt mir doch bestimmt noch was. Äh... Herr Schamanen, Heiliger Horn. Erreiche Stufe 66. Bin ich ja nur noch 5 Level entfernt. Hä? Das wird mir hier angezeigt. Da ist aber nichts. Ach, hier unten ist ein Lager. Gold... Besiegt die Gold-Tapien. Ja gut. Hier ist der alte Sack. Mit pinken Flügeln. Seid gegrüßt, mein Kind. So, was nehmen wir? Abwehr plus 11 oder... Angriff... Physische Angriff plus 11 will ich haben. So. Ähm... Jetzt... Muss... Ich... Warten da, Brax. Was? Boah, ich muss das Vieh jetzt nicht beschützen, oder? Oh ne, muss ich das Vieh jetzt ernsthaft? Ne, ich muss mit dem alten, pinken Flügel-Hangy wieder reden. Seid gegrüßt, mein Kind. Oh, Level 62. Ja. Ach Tyrox, was machst du bloß? Einer auch, gerade. Ah, hier sind schon wieder 3 neue... Die haben ja alle pinke Flügel, warum das? Ich grüße euch! Ne. Das sind schwule Flügel-Männer. Genau. Schwule Hühnchen. Äh... Was war das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was? Das hat sich angeholt wie ein heißer Luftstoß. Ja. Heißer Luftstoß? Ja, das war nicht so. Los, hör. Ja. Als ob der Melvin ins Mikro furzt. Das haben wir ja schon mal durch, ne? Stimmt. Was? Knappt. Hast du ins Mikro geführt? Ja. Hast du ins Mikro geführt? Ja. Weißt du, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was passiert passiert? Was passiert passiert? In der nächsten... Ich verlücke dich, äh... ...unter den Fuß sticht. Ja gut, die Folge wende ich jetzt hier erst einmal. Stopp, ne, hier nicht. Hier spaut gleich wieder das Mob. Ne, dann renne ich lieber hier hoch. Und setze mich zu den pinken Hühnchen. So. So. So.